Herzlich willkommen im Pumakäfig. Heute geht es wieder um Teenager und um Pubertät und heute ein sehr, sehr beliebtes, aber auch ein bisschen spezielles Thema ist Taschengeld. Über Geld wird nicht so gern gesprochen. Wir reden jetzt drüber, weil ich habe eine Studie gemacht, damit ihr alle mal wisst, wie ist es üblich, wie viel Taschengeld bekommt denn der Teenager so. Das ist oft nach Jahren so ein bisschen strukturiert. Ich habe Folgendes herausgefunden. Wir fangen mal mit den jungen Teenies an. 10, 11 Jahre so im Schnitt so 15 bis 20 Euro. 12, 13 Jahre 20 bis 25 Euro. 14, 15 Jahre 25 bis 40 Euro. 16, 17 Jahre 40 bis 60 Euro. Ab 18 Jahre 60 bis 80 Euro. Das ist nun mal so das Basispaket. Vielleicht werdet ihr ja sagen, bei uns ist ja komplett anders. Das mag sein. Das sind letztlich Durchschnittswerte. Wie gesagt, das ist das Basispaket. Da kann noch ein bisschen was dazu gebucht werden. Haben auch meine Recherchen ergeben. Handy ist nun mal, dass man da so 10 bis 20 Euro dazu gibt. Kleidung auch 40 bis 60 Euro im Monat. Manchmal gehen wir nur zweimal im Jahr einkaufen. Dann ist das natürlich so ein bisschen verfälscht. Schulmaterialen gibt man natürlich immer so circa 10 Euro dazu. Ist klar. Oder bezahlt die oft auch. Das ist ja auch so zur Grundausstattung gehören. Bus, Bahn muss man 40 bis 80 Euro teilweise bezahlen. Essen außer Haus bezahlt man mal 30, 40 Euro. Gut, auf dem Land ist das oft weniger das Thema. Kosmetik gibt man auch manchmal noch so 10 Euro im Monat so irgendwie dazu. Genau, das sind Durchschnittswerte. Jede Familie hat nicht die gleichen Möglichkeiten. Was nicht geht, das geht einfach nicht. Aber das ist so die Basis. Oft ist es so auch beim Thema Klamotten, dass man für die Grundversorgung einfach sorgt. Und für spezielle Sonderwünsche, die speziellen Schuhe, die speziellen Kleider, speziellen Hosen, speziellen Shirts, die wirklich extrem teuer sind, da muss man halt auch dann zum Sparen quasi raten. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut und richtig so. Klassenfahrt ist noch immer so ein Thema. Wie viel geben wir unserem Kind mit? Da sagen oft die Schulen auch, wo es lang geht. Ich denke auch, haben die Studien gegeben, 25 bis 30 Euro pro Tag ist da, glaube ich, richtig. Eine Teenagerin sagt auch noch Taschengeld. Geld brauche ich nicht, aber Taschen hätte ich gern. Das wäre jetzt eine kleine Liste, dass ihr mal so eine Vorstellung habt, ungefähr, was so die Eltern ihren Teenager so geben. Ich denke, das ist ja immer ganz interessant mal so zu wissen und zu vergleichen. Es gibt noch andere Videos zum Thema Teenager und Pubertät von mir. Schaut die euch gerne an. Sie sind hier zu sehen. Ich denke, die sind alle ganz nett geworden, bieten Antworten auf viele Fragen in der Pubertät. Und ja, ich freue mich. Schaut vorbei.